Hallo und herzlich Willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin's, MacSnake. Ich zock für euch Rocketbirds Hardboiled Chicken. Nachdem das in der letzten Woche ja leider ausfallen musste, weil wegen Erkältung und so, werde ich jetzt weitermachen. Ich fürchte, man hört es doch so ein bisschen, dass ich noch nicht wieder ganz auf dem Damm bin, aber das soll dem Geburtszölle hier jetzt keinen Abbruch tun. Das sieht ja auch so ein bisschen so aus, als wäre es eins der letzten Level und ich habe nicht die plasseste Schimmer, was ich tun muss. Aber ich fliege neben meiner Rakete her. Das ist schon mal ziemlich geil. Ah, was ist hier da? Menschen. Grüne, immer drauf. Ah, wo sind's alle? Warum haben die roten Triebwerke? Das ist ja nur ganz abgefahren. So, du bist jetzt dran. Am dransten. Da ist noch eine Rakete hier. Hier, 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 komm. So, so lobe ich mir das doch. Oh. Revenge. Na, wo ist er? Na, ich sehe doch sein Windungsfeuer. Uh, ich kann hier unter einer Rakete durchfliegen. Ich bin wirklich ein Superhuhn. Ah. Komm schon. Ich treff dich doch auch noch. Hab dich. So. Mehr Gegner. Ich brauche vor allem erstmal Moon. Ein bisschen Gesundheit schadet auch nie. Mehr Gegner. So, die Raketen jagen wir wieder irgendwem auf den Hals. Nicht mir. Nicht mir. Komm. Nimm den da. Den da. Ah. Gott sei das viele. Äh. Friss deinen eigenen Dreck. Und Moon. Halt. Hab dich. Ist ja noch so'n Typ. Uah. Es ist schon ein geiles Setting, so neben der Rakete her zu fliegen. So, hier war doch noch irgendwo so'n Raketenhonk. Hab ihn. Äh. Den hat's erwischt. Halt. Nein. Nein. Jetzt krall ich mir, glaub ich, mal zuerst diese Raketenjungs hier. Äh. So. Ich krall mir irgendwen. Gehen. Boah. Ja, ist das so schön. Kreuzfeuer. Von zwei Seiten. Na, komm her. Du frisst Raketen, Junge. So, ein bisschen Lebenspunkte hätte ich gerne. Wenn ich mir was wünschen darf. Ich nimm mir die hier. Komm schon. Lebenspunkte. Nein, gut. Keine Lebenspunkte. Dann muss ich jetzt die Raketen abschütteln. Boah, zu viele Raketen. Was soll das denn? Äh. Muss man sich eigentlich Gedanken machen, wenn man schon die ganze Zeit im Weltraum rumfliegt? Und immer noch atmet? Ich glaube nicht, oder? Ach, verdammt. Ich bin ein Lebenspunkt verpasst. Den brauche ich. Sonst wäre das jetzt echt unfreundlich geworden. Jawohl, den habe ich. Hier kommt noch einer. Komm schon, ich kriege dich. Ich hasse diese Fluchtmissionen eigentlich total. So, ach, da unten pflegt da noch einer. Den habe ich denn da unten vergessen? Ah. Ich bin drin in das Rakete. Flump. Ich weiß ja nicht, ob das so klug ist, im Inneren einer Rakete rumzueimern. Aber das war das Fluglevel um die Rakete rum. Jetzt geht's putzki so richtig an den Kragen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich sehe euch wieder. Und bis dahin. Zockt viel, zockt schön. Und tschüss. Und bis jetzt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020